Haha, er ist der Hulk Hogan von Singapur. Peace Freunde, was geht und willkommen in Singapur. Und willkommen im Street-Food-Paradies. Das ist der Singapur, das ich aus Videos kenne. Ganz kurz darf ich vorstellen, mein Cousin Nico, mein Bro Randy. Ja, wenn ich ihn nicht gleich probieren darf, werde ich richtig sauer. Und meine Wenigkeit essen uns zwei Wochen durch Asien. And welcome to Hong Kong. Hong fucking Kong. Ich spreche von Korean BBQ mit Terry und seiner Crew in Seoul. Von einer Einmischler-Stern Peking-Ente in Hong Kong. Und dem leckersten McDonalds-Besuch meines Lebens. Mit ziemlicher Sicherheit das leckerste Stück Hühnchen, das ich je bei McDonalds gegessen habe. Das wird der verrückteste Trip, den wir je gemacht haben. Und wir starten unsere Reise an einem entspannten Dienstagmorgen in Singapur. Damit wir aufwendige und kostenintensive Produktionen wie diese erst umsetzen können und euch einzigartige Einblicke in die Kultur und Kulinarik von Singapur bieten können, wird dieses Video unterstützt von Holzkern. Holzkern produziert Schmuck und Accessoires aus natürlichen Materialien wie Holz, Stein oder Perlmut. Wie unter anderem diese Brille mit Holzelementen. Es gibt Ringe aus Holz, Uhren aus Holz, sogar Handtaschen, Armbänder oder auch Halsketten. In dem Fall mit einem Stein. Es gibt Produkte im vollen Holzlook, aber auch Produkte bei denen das Material nur dezent zum Einsatz kommt. Die Produkte kommen in dieser netten Holzkiste und werden nachhaltig produziert. Also jeder gibt bei einem Holzkernprodukt der Natur auch wieder ein Stück zurück. Für die Brille habe ich beispielsweise dieses Cork Etui. Und aufgrund der Verwendung von natürlichen Materialien wie beispielsweise Holz, was immer eine gewisse Maserung aufweist, wird jedes Produkt zum Einzelstück. Also hat niemand die genau gleiche Uhr oder Ring wie du. Das österreichische Familienunternehmen Holzkern ist übrigens führender Hersteller für Holz und Naturschmuck und beliefert seit über sieben Jahren eine Million zufriedene Kunden. Und sollten euch die Produkte nicht passen oder nicht gefallen, könnt ihr diese easy bis zu 24 Tage wieder zurückschicken. Gratis. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zum Shop und mit dem Rabattcode LUKAS spart ihr euch 15% auf eure Bestellung. Und unterstützt unseren Kanal und unsere Produktion. Kurz geht raus und jetzt viel Spaß mit uns in Singapur. So meine Damen und Herren, die Reise beginnt mit Frühstück. Es ist auf jeden Fall 9 Uhr morgens im schönen Singapur. Wir sind bei einem Restaurant bzw. bei einem Spot mit dem Namen Hair Seng Long. Und dort gibt es was ganz, ganz Besonderes. Auf jeden Fall gibt es hier was ganz Besonderes. Kaja Toast, Runny Egg und Cocky Kaffee. Was das sein wird, seht ihr gleich. Ich glaube, das ist für benutztes Geschirr, aber die haben das einfach so. Halal und Non-Halal. Also wenn sauber ist und nicht sauber. Wenn du Non-Halal gegessen hast, gibst du es da rein. Wenn du Halal gegessen hast, gibst du es da rein. Geschirr, damit es nicht gleich vom gleichen Teller. Glaubst du? Ja. Guck mal Leute, wir befinden uns in einer, ich würde sagen, kleinen Stall-Mini-Lagerhalle mit zwei fetten Toren vorne. Ventilatoren laufen. Hallo. Vorne werden die Currypuffs gemacht, die wir später auch noch essen werden. Und hinter uns ist das Café, wo wir jetzt gleich bestellen werden. Mein Freund. Ja? Wir nehmen zwei Kaja Toast. Schau mal, das sogenannte Runny Egg sind einfach zwei aufgeschlagene Eier, die in einen flachen Teller kommen. Und der Kaja Toast, das ist so weiche Weißbrot-Scheiben, die erst mit der Kaki, ich glaube, das ist so eine Art Kokosnuss-Creme, Kokosnuss-Fett bestrichen werden. Dann kommen zwei Blöcke Butter rein. Zugeklappt, zugeschnitten. Das ist schon ein wildes Setup, dieser Bier. Da stehen einfach vier Kaffeekannen, in denen der Kaffee warm gehalten wird, den wir auch gleich trinken werden. Und in der Mitte, in der Glut ist noch ein bisschen Platz, um die Kaja Toast zu grillen. Wow. Test 323. So Leute, Frühstück ist serviert. Kaja Toast, Runny Egg und Kopi Kaffee. Hab ich vorhin kurz Kokki Kaffee gesagt? Ich glaube, ich hab kurz Kokki Kaffee gemacht. Kokki. Auf jeden Fall K-O-P-I. Das ist Kondensmilk. Das ist robuster Kaffee. Also so wie auch ein richtiger Espresso gemacht wird. Probieren wir. Kopi Kaffee. Der schmeckt süß, leicht bitter. Ganz, ganz leicht bitter. Ich sag mal, ein süßer, kräftiger Kaffee. Das ist wie wenn du so einen Filter-Kaffee zu Hause hast, gut Milch reingibst, gut Zucker reingibst und der so ein bisschen überbrüht wurde. Genau so schmeckt der. So ein bisschen wie Kinder-Kaffee, oder? Kinder-Kaffee? Ja, ja voll. Dieses ganze, ihr werdet gleich sehen, dass alles Sinn macht. Dann haben wir hier Sojasauce. Die kommt in unser sogenanntes Runny Egg. Das ist ein weich gekochtes Ei. Oder sagen wir zwei weich gekochte Eier. Ein bisschen drüber. Die tropft übrigens. Weißer Pfeffer. Kommt es auch dazu? Meist du das? Also ich meine, es ist auf den Tisch, deswegen... Ja, es passt auch. Es riecht auch gut. Rein damit. Jetzt kommt mal nah ran an dieses Ei. Ich zeig dir was. Also rein sticht. Also ein bisschen hier Schaden anrichtet. Weil dann haben wir hier so eine geniale Kombination aus diesem noch harten, festen Eiweiß. Dem sogenannten Runny Eigelb. Sojasauce. Weißer Pfeffer. Das wird gleich... Das wird gut. Jetzt probieren wir erstmal das Ei einfach so. Und zusammen mit diesem Toast. Ist also einfach ein verdammt aggressives Frühstück. Der Toast ist ein Standardtoast. Nichts Besonderes. Normales Weißbrot. Die Butter da drin ist super. Und zusätzlich diese Kaya-Masse. So eine leichte Kokosnusscreme, die süß ist. Aber nicht übertrieben nach Kokos schmeckt. Und was ihr euch jetzt vorstellen müsst, ist, dass du salzige Sojasauce hast. Kräftige Eigelb. Toast. Ich glaube, das ist so für die Menschen, die hier aufgewachsen sind, auf jeden Fall das ultimative Komfort-Frühstück. Das hat schon absolut was von einem deutschen Frühstück. Wirklich. Also bis auf, dass es Sojasauce ist, hast du irgendwie... Weil dieses Kokos-Ding schmeckt wie Marmelade auf dem Toast. Und der Salz ist wie das Salz... Also die Sojasauce ist wie das Salz auf dem Toast. Dann hast du Eier, dann hast du Pfeffer. Das ist alles so... Und in der rein weißeren Kursmoment sitzt du bei mir zuhause vier Jahre am Frühstücksfisch. Dieser Toaster, den die da haben, einfach Kohle, oder was? Ich meine... Es klingt wie kein Toaster. Ich hab's noch nie gesehen, dass Toast auf Kohle gewählt wird. Ich meine, das ist ja so easy. Aber jetzt ergibt alle Sinn. Das sind alles Geschmäcker, die man kennt auf jeden Fall. Ich mag das Süße im Toast. Aber ansonsten ist jetzt nichts, was mich irgendwie komplett rumhaut. Ich geh nicht. Es ist halt ein süßes Frühstück mit Butter und Sojasauce. Ich glaube auch nicht, dass man das Brot da reinwippt. Wir haben alle mit dem Löffel gegessen. Ah, okay. This is how we do it in Germany. Schon heavy, so... Peppermiup. I need a lot more. Allot more. Allot more. Allot. Das ist so richtig Traditionszeug, oder? Ich feier auf jeden Fall die Buttermenge. Aber nur weil die weich ist. Und man kann auf jeden Fall alles easy zuhause nachmachen. Ja, man. Ja, man. Und die Chinesische werden wir vielleicht heute noch irgendwann finden. Um so rauszufinden, was drin ist. Ich will nur mal sagen, die stehen seit 15 Minuten hier. Was soll das jetzt? Ich meine, die haben die Formen wie eine Empanada. Aber haben die die Oberfläche und den Look von einem... Was ist da hinten eigentlich eine Spülmaschine an? Keine Ahnung. Kannst du jetzt einfach da reinbeißen? Ich denke. Die machen unter den Teig. Aber was ich geil finde, ist, dass die schon mal aufgecrackt am Tisch kommen. Weißt du? Dann verbrennst du dich nicht. Weil so ein Ding kommt heiß an. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir... Okay, ich beiß rein. Reicht's mir gleich. Wie sagt man eigentlich auf Deutsch korrekt? Malaisisch. Ich glaube Malai. Ich glaube. Nur Malai. Es riecht auf jeden Fall nach Malai-Indisch. Das ist definitiv Samosa-Style. Empanoso. Und immer in Samosa ist ein Gebürz drin, das so aromatisch ist. So eine Frische, so ein bisschen in die Nase reinsteckt. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich schmecke auf jeden Fall Kumin, Pfeffer, salzig. Das ist eine fette Kartoffel- oder gar nicht so fette Kartoffelmasse. Es ist auch sehr luftig, sag ich mal, in der Mitte. Also die Kartoffelmasse liegt so. Und die Tasche ist nicht komplett ausgefüllt. Was ich in dem Fall auf jeden Fall ziemlich geil finde. Es ist nicht so ein Matsch. Und es ist auch überhaupt nicht greasy, überhaupt nicht ölig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr sauber frittiert. Und es hat einfach einen schönen Crunch, eine Luftigkeit, eine Leichtigkeit. Und die Kartoffelmasse ist einfach eine Gebürzexplosion. Was soll ich sagen? Ja, wenn ich ihn nicht gleich probieren darf, werde ich richtig sauer. Malaisisch. Oh mein Gott, es ist heiß. Oh! Weil so ein Ding kommt heiß an. Deswegen... Es scheint irgendwie eine unterschiedliche Hitze-Wahrnehmung zu haben. Eher lecker. Eher lecker. Aber es ist super lecker. Auch eine geile Schärfe, finde ich. Weg zum Spice-Level. Die Findung ist nicht zu spicy, dass man den Teig nicht mehr schmeckt. Das schmeckt trotzdem den Teig auch noch. Ich finde es perfekt. Der Teig ist echt gut. Ja. Der Teig sieht auch ziemlich interessant aus, muss ich sagen. So fest, so klumpig, auch leicht trocken, würde ich sagen. Aber ihr wisst ja was, habt ihr gerade gesehen, was daraus entstehen kann. Haben wir einfach vier Stunden verbracht gerade, oder? Aber das ist schon nochmal ein anderes Level jetzt zu dem Frühstück, oder? Das ist schon wirklich heavy. Sehr geil. Guck mal, Nico hat sich jedem Medizin gekauft. Das sind die sogenannten Putschei-Pills. Das sind Goa-Berries. Oha, alles rein. Das ist so wahnsinnig. Bye-bye. Bye, thank you, bye-bye. An aller Erstoff-Stelle müssen wir erstmal sagen, dass es unser erstes Mal ist, dass wir in Singapur sind. Warst du schon mal in Singapur, da schaust du mich an? Nee, also. Erstes Mal. Der Mann ist am Sweaten auf jeden Fall. Er hat eine halbe Samosa noch auf dem T-Shirt. Erstes Mal in Singapur und ich muss sagen, die Stadt ist auf jeden Fall... Ja, geil. Ich hab noch nicht so viel gesehen. Wir sind ehrlich gesagt mit dem Taxi einmal zu McDonalds gefahren, einmal hierher. Wir müssen das erstmal erkunden. Aber wir erkunden das gemeinsam. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass hier sehr viele Bäume in der Stadt existieren. Mehr weiß ich noch nicht. Den Rest finden wir jetzt raus. Die Menschen schmecken gut das Englisch. Das Essen schmeckt gut. Die Menschen sind nett. Und McDonalds. McDonalds hier ist, ich habe die schönste McDonalds-Erfahrung meines Lebens. Hier in Singapur. Das Video wird noch kommen. Das Video wird noch kommen. Das Video wird noch kommen. Hast du den Hotdog bezahlt? So Leute, herzlich willkommen in der U-Bahn von Singapur. Schaut mal. Es ist ruhig. Es ist groß. Es ist sauber. Es ist gut klimatisiert. Ich würde sagen eine Mischung aus Japan und Stockholm. Dort hatten wir auch diese Glaswände bzw. Glastüren. Jetzt kommt gleich der Zug. Dann gehen die Türen auf. Dann gehen wir rein. Dann fahren wir. Wohin? Seht ihr gleich. Auf jeden Fall gelten die, glaube ich, dieselben Regeln wie Japan. Niemand sagt das. Nächstes Station. Wo geht's? Change. Das ist wirklich so eine Kugelschreiber-Feder. Bruder, wenn der Sneaker shoppen geht. Bruder. Der muss sagen. Wie viel Sneaker braucht er? 1.000? 500 Paar? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind in Chinatown. In Chinatown von Singapur. Wie ihr wisst oder vielleicht nicht wisst, Singapur ist eine Migrationsstadt. Das heißt Menschen aus vor allem Indien, Malaysia, äh Indien, Malaysia, China und... Sag schon. Wenn da immer der Sturm kommt, fliegt die Unterhose zum Nachbarn um. Was? Ist auch crazy, wie weit die die Klamotten raushängen können, oder? Ich glaube, es funktioniert irgendwie so. Ja. So weit kommst du ja nicht raus. Ja, so Stäbe. Oh, der ganze... Den haben alle die gleiche Idee gehabt. Singapur. Ah, sieht irgendwie nice aus auch. Ist da auch eine? Ich frag die so. So kann ich sie raus. Das ist die billigste Kälte, die ich je gekauft habe. Der hat gesagt Nico für mich gekauft hat. Danke, Nico. Okay. How do I look? Good? What's your name? Kelly. Nice to meet you. Thank you. Randy, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to my shop. Thank you. Fresh Prince. Okay, la. What did I like? Oder genauso kam er raus in L.A. mit dieser Kamera auf. Ist einfach original Fresh Prince. Prince of L.A. So, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, was ihr auf jeden Fall wissen müsst. In Singapur gibt es sehr viele von solchen Märkten, Centern. Es gibt auch die berühmten Hawker Center, wo wir dann das leckere Essen finden später, die wir auch noch gehen werden. Aber dennoch gibt es an jeder Ecke gefühlt einen Eingang, wo man dann in so einen Mini-Markt reinkommt. Und irgendwo hier muss jetzt unser Mittagessen zu finden sein. Food. Wow. Das ist der Singapur, das ich aus Videos kenne. Das ist der Singapur, das ich aus Videos kenne. Ein Street-Feed stand neben dem anderen. Dim Sum, Chicken Rice. Es dampft und raucht und duftet aus jeder Ecke. Was? Du musst ehrlich sein. Ja, ja, ja. Was ist der beste Stall hier? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Lokal, ich bin kein Australischer. Okay. Ich bin hier geboren. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin nur da oben. Okay, okay. Das ist was wir jetzt machen. Karte. Und so kleinen Täschchen zusammengefaltet. Wonach sind dann auf jeden Fall da hinten, ich glaube vom Kollege 2 und 3 gekocht oder gesteamt oder gebraten werden. Und es ist auf jeden Fall super, super sauber einfach, dass du diese Authentizität hast. Die sieht einfach nach China aus. Aber gleichzeitig ist es so schön sauber und die arbeiten so sorgfältig. Extrem nice zu sehen. Wir nehmen einen Sichuan, einen Zahn, einen Soup-Dumpling und einen ... Einen 8 und 9. 9, 8, 1, ja. Warum so komplizierter, wenn du einfach das Ding nehmen kannst? Die Zahlen. Die Zahlen. Okay, danke. Danke. Ich hab auch ein bisschen was gelernt. Das eingelegte Rettich. Und das scheint eine scharfe Soße zu sein. Fährlich orange. Soap-Dumplings, Steamed-Dumplings, Sichuan Wonton. Diese rote Soße hab ich vermisst. Und die Tatsache, dass du Tische hast, die jetzt nicht zu einem bestimmten Stand gehören, sondern die Tische gehören zum Center. Und die Stände sind drumherum. Und dass jeder sich von überall holen kann, was er möchte, aber man trotzdem zusammen am Tisch sitzen kann. Das find ich richtig schön. Diese roten Tische, die find ich auch passend. Und ich fang direkt an mit dem, was mich am meisten anlacht. Dieses Sichuan Wonton. Mit diesem Crispy Chili oben drauf und Koriander. Schau mal, wie schön die auch in dieser Soße liegen. Boah. Öl. Das ist einfach nur Öl. Mit diesem Schwänzchen. Ich beiß jetzt extra nur halb rein, damit wir alle den Inhalt sehen. Glibberig, weicher Teig. Und guck mal vor, die helle Füllung. Einfach nur Fleisch. Das sind nicht mal Frühlingszwiebeln oder irgendwas anderes. Das ist einfach nur Fleisch. Ist auch eigentlich geil, wenn man sich das so aufnäht, den ganzen Saft mitnimmt. Sauer. Leicht scharf. Dieser glibberige, weiche Teig. Und sanftes. Also die Füllung ist, die knallt sich jetzt nicht komplett weg. Die ist sanft, aber auf keinen Fall zu wenig. Also es ist angenehm. Verdammt gut. Die Haut ist so gut dünn. Der Teig. Es ist einfach ein anderes Level. Es schmeckt einfach anders wie in den USA und es schmeckt anders als in Europa. Du musst voll aufpassen. Wenn die einen Löffel nehmen, ja. Wenn man es reinzieht wie ne Äußler. Wenn man so ein kleiner Kern genau euch in den Hals schießt. Geht's euch so. Es schmeckt einfach. Das Fleisch ist so leicht süß auch. Es hat so einen leichten Widerstand. Es schmeckt extrem fein. Ist es eigentlich nur Schweinefleisch oder Fleisch? Vielleicht nur Schweine. Es ist nur Schweine. Aber es schmeckt auch nicht zu intens nach Pork. Also es ist voll. Schon angenehm. Wirklich gut. Koriander und ich sind beste Freunde. Super lecker. Vor allem Koriander und Chili zusammen. Wir haben aber irgendwo, irgendwo habe ich so einen Teil schon mal gegessen. Ich habe irgendwie in meinem Kopf gedacht, dass die Sichuan-Soßen scharf, Ölgemisch, ein bisschen dickflüssiger noch gehört. Das ist sehr sanft. Sehr elegant von der Schärfe. Es ist gartig. Ein bisschen suppig auch, oder? Das ist so leicht wie du da hast. Und diese Säure drin. Das ist wie so eine... Das ist eine Brühe eigentlich. Ja, Brühe. Super lecker. Crazy. Obwohl die Schärfe kommt schon auf den Dach. Du saugst direkt raus. Da ist extra ein Loch oben drauf. Du kannst direkt dran saugen. Das ist ja nicht so... Die Suppe ist lecker, aber es ist viel zu wenig Suppe. Ich mag es nicht, wenn die so klein sind. Ich mag es, wenn die größer sind, dass du sie so richtig aussaugen kannst. Die sind auch so zusammengekommen. Die kommt von mir, irgendwie. Ja, also die sind so ein bisschen zu zocken. Aber macht Sinn. Es schmeckt sehr gut. Sie sehen einfach aus wie kleine Nippel so. Okay. Ist das Loch oben und da dran? Das ist dann lecker. Es ist einfach ein anderes Niveau. Wirklich. Es ist high quality shit. Damn. Jetzt streiten sich drei Weiße da rum. Man riecht eh nicht. Ich kenn mich damit eh nicht aus. Warte, ich will es aber jetzt probieren. Drei Weiße war stark. Drei Weiße, gell? Junge, what the fuck eigentlich? Was ist los mit dir? Ne, du hast recht. Es wäre aber krass gewesen. Alter. Ja. Ich hab gedacht, es ist so. Ich finde, der Flavor übertreibt nicht so heftig. Der kommt einfach entspannt. Natürlich, oder? Ja, ja. Das ist einfach. Es schmeckt nicht, wie wenn es einfach diese Standardgrünen und so weiter sind, sondern so wirklich gekocht. Ich finde, die Haut, also die Haut sieht an sich ja schon voll schön aus, oder? Also der Teig, der sieht so, der sieht auch so fein aus. Ähm, Elfenhaut. Geht. Zweiter Versuch. Jetzt verliehen wir nichts von dieser Brühe. Dritter Versuch. Wenn ihr herkommt, einfach nehmen. Das platzt ein bisschen auf wie Baklava. Das ist wie eine Cherry Tomate. Mhm. Das ist wie eine Cherry Tomate. Aber sind das jetzt wenigstens die Teile, die wir gesehen haben, wie sie zugemacht wurden? Ja. Ich glaube, schauen wir mal da rein. Frühlingszwiebeln. Das ist ein frischer Biss. Der Teig ist etwas dicker, teigiger. Und das Fleisch ist einfach ein bisschen würziger. Und man merkt die frischen Frühlingszwiebeln, die so schmecken, als ob sie heute noch vom Feld oder von wo die auch immer wachsen, gejobbt wurden. Das schmeckt so richtig zwiebelig. Eingelegter Rettig. Liegt schon intensiv der Essig. Ein bisschen weniger Essig. Schmeckt für sich schon sehr, sehr lecker. Du, der ist voll im Grimm-Sumpf-Fieber jetzt. Guck mal, ich wollte mir gerade einfach nur Wasser holen, weil wir haben extrem Durst nach dieser Citroën-Action. Und dann stehen wir vor so einem Stand, vor so einem Obst-Smoothie-Drink, wo ich jetzt Wasser holen wollte. Und diese Stück Melone da hinten, die sieht so perfekt aus für 70 Cent. So eins werde ich mir jetzt holen. Danke, Ma. 10 Dollar 90 Cent? Ja, 10 Dollar. Okay. Danke, Ma. Die ist auch schön eiskalt, gell? Was ist? Oder hör auf, hinter der Kamera zu lachen. Ich will sogar die Schale essen. Jetzt wird's auf jeden Fall zum etwas plakativeren Chinatown, einem fetten Buddha-Tempel. Es steht auf Google Maps Buddha-Tempel. Ja. Also ich muss ehrlich mal sagen, das Wetter ist ja komplett warm hier. Es ist heiß. Warum schaust du mich vor mir? So, liebe Lights, die Sonne schreibt mir ins Gesicht, es ist extrem heiß. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch in Singapur, aber es macht trotzdem Spaß. Wir stehen vor einem der berühmtesten Hawker Center jetzt, das Maxwell Hawker Center. Das ist jetzt ein bisschen touristischer, aber dort werden wir eines der berühmtesten Speisen Singapurs. Es kommt nicht ursprünglich aus Singapur, aber die man hier in Singapur auf jeden Fall gern isst. Probieren. Das Hawker Center ist auf jeden Fall ein bisschen geordneter. Es gibt einfach zwei lange Hallen mit Ständen links und rechts. Wow, wow, wow. Wie gesagt, es ist ein bisschen touristischer, aber trotz dessen, dass es... Ich hab das Gefühl, dass Singapur touristisch anders ist als Deutschland touristisch oder Österreich oder Amerika touristisch. Und ich bin mir sicher, dass die Qualität jetzt trotzdem einfach eine 10 von 10 sein will. Jetzt essen wir Hainanese Chicken Rice. Das ist auf jeden Fall, ich glaube wirklich, also wenn man sagt, was muss man probieren in Singapur, was ist Singapur? Chicken Rice. Was es ist, werden wir gleich sehen. Ich hab mal gehört, das ist immer ein gutes Zeichen, dass das Essen gut ist, wenn die Schlangen lang sind und die Mitarbeiter ein bisschen grumpy. Also ihr seht, ihr bestellt euer Chicken Rice hier und abholen tut es dann da drüben. Also, meine Damen und Herren, Chicken Rice ist, wenn ich das richtig verstanden habe, gekochtes Chicken. Und in derselben Brühe, in der das Chicken gekocht wird, wird auch der Reis gekocht. Und kommt die halbe Chickenbrust auf ein Holzbrett, wird aufgehackt, kommt auch den mit der Chickenbrühe gekochten Reis drauf. Es kommt noch so ein Glaze dazu, eine scharfe Soße. Besteck, türkises Blech, Blech, grüner Teller. Wer erzählt? Tablett. Wenn ich Blech sage, ist es ein Blech. Und Gurken sind dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich mag das Farbspiel aus türkis, grünen Teller und dieser roten Soße. Und ich habe auch gehört, dass dieses Chicken, das da wie ein Lobster-Tail auf dem Reis liegt, nicht der Superstar auf diesem Teller ist, sondern eher der Reis und diese hoffentlich scharfe Soße. Das heißt, wir machen hier ein bisschen den Reis auf, die Soße drauf, ein bisschen Mix and Match und rein. Es ist extrem lecker, aber es ist einfach in Hühnerbrühe gekochter Reis. Es ist super lecker, comforting und ich kann mir vorstellen, wenn man damit groß geworden ist, es ist noch viel mehr comforting, ähnlich wie der Toast heute Morgen. Super lecker, aber es ist nicht super überwältigend. Ein einfacher leckerer Reis, sowie türkischer Reis. Probieren wir mal Chicken. Hier seht ihr eine zarte, gekochte, weiße Hühnerbrüße. Ist extrem lecker, aber auch extrem einfach. So, Spaghetti mit Tomatensauce. Gutes Spaghetti mit Tomatensauce. Probier den Reis erstmal so. Ich feier den Reis extrem. Ich mag das total gern, wenn du Reis hast, der so Hühnchen oder Fleischgeschmack insgesamt aufnimmt. So wie, ähm, sag schon, Plov. Plov, ja genau. Super lecker. Mal Fleisch probieren. Chicken schmeckt sehr basic. Also, Hähnchen will ich überhaupt nichts Besonderes. Aber den Reis finde ich richtig lecker. Ich glaub, Hähnchen muss man mit Soße machen, oder? Super lecker. Wer wollte das denn nicht mehr sagen, oder? Boah. Okay, also hier gibt's wohl nochmal einen Typen, der Chicken Rice macht. Den gibt's jetzt seit drei Monaten. Der ist genau gegenüber von dem Famous Laden. Und er meinte, seine Qualität ist besser, nur dass er keine Chance hat, weil niemand zu ihm kommt. Äh, weil er halt nicht Famous ist. Und er meinte, er lässt uns jetzt probieren und wir sollen sagen, was besser ist. Since when are you here? I'm here just only three months, but we got six branches in Singapore. Three months? Yeah. Now we let people know, how good is our foodie. Let's go, I wanna try. We have very nice sauce for the chicken. Different one also? Different sauce from them. Own recipe? Yes, own recipe. Nice. 29 years recipe. Ich finde, das Chicken an sich sieht schon mal, sieht auf jeden Fall ein bisschen appetitlicher aus, weil es weniger nach so dieser Haut, sieht weniger hautig aus. Koriander, eine braune Sauce. Der Reis, wir haben noch Brühe an der Seite oder eine Suppe an der Seite. Drei verschiedene Dippings. Die süße Sojasauce, ich weiß es nicht, scharfe Soße und Ingwersoße. Gehen wir rein, wir probieren direkt wieder den Reis zusammen mit der Stadt. Einfach mal so. Der Mann schaut mich an. Er ist nervös, ich bin nervös. Der ist auch lecker. Die sind beide lecker. Der schmeckt würziger ein bisschen. Der schmeckt ein bisschen würziger, dadurch auch ein bisschen kräftiger, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der andere so ein bisschen mehr Substanz hat. Feiner, der hat bisschen feine... Der bisschen feiner, weniger würzig, vielleicht sogar ein bisschen mehr Kraft. Der Reis würziger, bisschen salzig. Schwierig. Das ist auf jeden Fall schockener. Der andere war feuchter. Kam mir sogar ein bisschen fettiger vor. Der kommt mir weniger fettig vor, aber trotzdem... Es ist anders, aber es schmeckt trotzdem extrem gut. Es schmeckt trotzdem voll nach Hähnchen. Probieren wir mal das Chicken. Das ist halt geil mit der Soße. Das Hähnchen ist auf jeden Fall hier besser. Aber es ist unfair zu sagen. Wobei... Schwierig. Ich glaube, ich finde fast einen anderen ein bisschen besser. Sagen wir so, es ist Gleichstand und es gibt einen Tag, wo du hierher kommst, es gibt einen Tag, wo du hierher kommst, es gibt einen Tag, wo du hierher kommst. Das ist gut. Das Sesamöl hat so einen Pass perfekt. Also man kann sagen, klar ist es die Soße, aber die Soße ist Teil davon. Und ich finde das Chicken so viel nicer. Das andere Chicken fand ich wirklich lame. Vielleicht sehen wir ihn wieder. Es ist ein schönes Gespräch. Ja. Glückwunsch mit dir. Glückwunsch mit dir. Ich denke, das ist ein Foto gut. Das ist ein Coconut. Ja, sehr gut. Ich nehme einen zu. Ich nehme einen. Und drei Coconut. 1, 2, 3. Was hier aber gerade passiert ist. Was in uns ab. Hast du nie versucht einen Zucker-Cane in deinem Licht? Nein, ich habe nicht. Aber du hast ihn jetzt. Ich werde. Hast du schon probiert, oder? Ja, ja. Ich glaube sogar, dass wir zusammen probiert haben, Bro. Und es hat mir gar nicht geschmeckt. Ah, okay. So fünf Minuten. Gäng. Ich meine, wenn man so eine Mango hat oder so, dann ist klar, daraus kann man Saft machen. Das liegt auf der Hand. Auf die Idee würde jeder kommen, der so eine Mango hat. Ey, daraus presse ich mal Saft. Aber diese Holzschlagstöcke. Dass man denkt, dass da Saft rauskommt, den man dann wirklich trinken kann. Und drück mal. Den kannst du nicht mal ein bisschen biegen oder so. Okay. Bezahl den Orta. Ich sage jetzt mit Ansage, die schmecken es nicht. Super King. Danke. Wie viel? 250. Komm, komm. M1. Komm. M1. Für was? US oder? USA? Nein, Deutschland. Deutschland? Nein. Danke. Tschüss. Have a good day. Aber das haben wir noch gar nicht erzählt, dass eigentlich Form Lines Wochenende ist. Jetzt, wo wir gerade hier sind. Ja. Am Freitag ist das Rennen. Wir haben schon gesehen, wie die Strecke aufgebaut wurde. Ich habe es nicht gewusst. Es wäre wild gewesen, wenn einfach zufällig heute das Form Lines Rennen gewesen wäre. Macht's gut, oder? Das war satisfying, Bro. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht schmeckt. Das ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt wiederholen würde. Ja. Aber ich glaube, damit könnte man was Geiles machen. Da müsste jetzt noch irgendwas dazu, weißt du mal? Mexikaner Coke. Ja. 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 Ey, das macht 5-Box-Simulator. Vielleicht können wir mal fahren. Wow, wow, wow. Boah, das ist ja richtig in der Zone. Bewegt sich der Sitz auch. Schau, der brennt auch mit links. Du musst schon lange brennen. Ja, der fährt gut, gell. Wir fähren jetzt zum nächsten Mal. Auf jeden Fall ist Singapur schon so, gibt mir schon so einen Metaverse-Effekt. Es sieht alles aus wie eine perfekte Welt mit so Architektur und Bäumen überall. Eine Stadt in den Dschungel gebaut oder der Dschungel um die Stadt gebaut, beziehungsweise gepflanzt. Es ist schon alles sehr sleek, steril, perfekt im Sinne von nicht perfekt. Ach, ihr wisst, was ich meine. So Leute, wir sind jetzt ein bisschen außerhalb von der Innenstadt und wieder in einem, ich würde es jetzt nicht Hawker-Center, aber auf jeden Fall im Marktgelände gelandet. Da ist was los auf jeden Fall. Mowgli's Pigeons sollten weg von mir gehen, weil die Arme machen so ein guter Mehl. Und wir sind hier für was ganz, ganz Spezielles. Hier riecht es auf jeden Fall deutlich nach Durian. Versteht nämlich falsch, ich mag das voll. Wow, 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 mehr Melone. Da ist was los. Wow, Germany. Saug, aber saug. Ich bin zu Stuttgart. Nur eine Mal. Stuttgart? Ja. Du bist zu Stuttgart? Ja. Oh, nice. Wie liebst du es? Oh, ich lieb es. Wir sind hier für einen sehr, sehr besonderen Snack mit dem Namen Puto Piring. Und wir sind auch vor einem sehr, sehr besonderen Shop, der auch auf Netflix war, mit einer übersüßen Story von der Tochter, die eigentlich in den USA wollte, um Bäckerin zu werden, Pastry-Chefin, und dann von den Eltern geboten und gebeten wurde, wieder zurückzukommen, um ihr im Business zu helfen, im Shop zu helfen, die den Shop wieder gerettet hat. Ultrasüß, zieht es euch rein und zieht euch die Puto Pirings rein, wenn ihr hier seid, wie wir es jetzt machen werden. Das ist ein kleiner Snack, gemacht aus Reismehl und Palmzucker, soweit ich weiß. Aus Malaysia, glaube ich. Ah, what's the original? The original is Gula Malaka. Oh, nice. That's all? That's all, yeah. Schau mal rein. Puto Pirings. Wir sehen können, die sind aus Reismehl gemacht. Dann haben die diese trichterförmigen Steam-Behälter, worin erst ein bisschen Reismehl reinkommt, dann diese Zucker, beziehungsweise Palmzuckermasse, nochmal ein bisschen Reismehl, Trichter drauf, zugemacht und auch so einen großen Steamer gegeben, und dann alles einmal durchzieht und warm wird und der Palmzucker wahrscheinlich so ein bisschen schmilzt und juicy wird, finden wir jetzt raus. Boah, ist heiß. Boah. No, no, no. Ist böse heiß. Ist so heiß, also wirklich, wenn du hier den Finger unten hast, drei Sekunden, dann bannst du dich. Mal hier. Ist heiß? Ja, aber nicht das. Komm dann, du zuerst. Ja, komm. Aber wisst ihr, wie man es isst? Ja, mit dem Blatt so rausnehmen und dann das Blatt nicht essen. Ja, okay, die Dinger sind Chunk heiß. Ey, ich hab gesagt, hier unten ist es nicht heiß, Bro. Du musst das komplette Ding essen? Ja, ja, komplett rein einfach, komm. Zack, zack. Boah, schmeckt schon gut. Lecker, aber ist nicht crazy intensiv. Ähm, die Struktur ist interessant. Also ich hab noch nie mit Weiß mehr sowas gesehen. Also so ne... Wie hast du das gegessen, Alter? Das ist edel heiß. Oh, hier ist something in die Lippe. It's very hot. I'm also very hot, but this is hotter. This is very hot. This is very hot. Komm, Lukas, jetzt kommt der Flugzeug, bitte. Komm, beißen wir ab, beißen wir ab. Boah. Das ist schon geil. Ich weiß nicht, woran es mich erinnert. Das ist schon süß. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist... Ich bin süß und ich find's cute. Und ich find's lecker. Ja, ich bin auch ehrlich. Wir sind 30 Minuten hergefahren plus 10 Minuten gehen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Trotzdem sehr lecker. Weißt du, was mich das erinnert? Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Es haben immer ältere Menschen gegessen, als ich Nutella gegessen habe. Es ist in so einem gelben Gefäß und so schwarz, schwarz aber Honig. Kennst du das? Ich glaube, wenn es so eine Mochi-Struktur hätte und dann die Füllung hätte, wäre klar. Boah, das wäre krass. Mochi mit Putu-Pieren. Weiter gehen, Mann. Es gibt, ich muss nochmal sagen, es gibt ja einfach so viel. Es gibt wirklich... Du bist überwältigt bei dem Angebot an geilem Essen. Auch süß aber diese Gegend hier, oder? Also das ist auf jeden Fall das Singapur, das man sich nicht vorstellt. Wie gesagt, wir sind ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum. Ja, was war das? Das waren einfach Papa-Geile. Boah, hast du jemals einen... Junge, Junge, Junge. Nur der BVB. Nice shirt. Das ist auf jeden Fall das beste Grab, das uns hier gegrabt hat. So liebe Leid, wir sind jetzt herzlich willkommen in Little India. Little India in Singapur. Und wie ihr sehen könnt, es ist hier wirklich indisch. Man sieht sehr viele indische Menschen und sehr viele... Little India halt, oder? Aber warum wir hier sind, ist natürlich das indische Essen. Und hier ist auf jeden Fall ein pakistanisches Restaurant, das ich auch schon das eine oder andere Mal irgendwo gelesen und gesehen habe, über das ich gelesen habe und gesehen habe. Was ich heute probieren möchte. Wie geht's Chef? Here we come. So, herzlich willkommen bei meinem Restaurant mit dem Namen Asni. Als ich ihn gerade gefragt habe, ob es pakistanisch ist, meinte er, no, no, it's indani. Also eine Mischung aus pakistanisch und indisch. Womit er, glaube ich, sagen wollte, dass er auf jeden Fall pakistanisch und auch inderarbeitende ist. So, wie sieht es auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Wir sind wieder in einer, wie so einem Mini-Center, wo du im Restaurant selbst hier die Stände hast. So, hinten kann man Fokussnuss kaufen und hier kann man die Curries kaufen. Es gibt Tikka Masala, es gibt Matten Masala, es gibt verschiedene, diverse Köstlichkeiten. Indische Köstlichkeiten und indische Spezialitäten. Es gibt dieses Fladenbrot mit dem Namen Chapati. Der Tisch ist gedeckt und wir speisen. Was ist das in Nordindien zu sehen? Von welcher Art in Indien zu sehen? Nordindien. Greenpeace, Potato. Potato, Polyflour. Chapati. Asni Chapati, ich zeige. Let's go. Start mal direkt rein. Matten Masala. Matten ist Lähm, oder? Was ist das? Matten ist Lähm? Lähm. Ja. Geil. Wow, wow, wow. Das ist eine richtige Gulaschfarbe. Also die Gewürze knallen auf jeden Fall. Du hast halt nur trockene Gewürze und das merkt man auch. Kräftig, dumpf, aber spicy einfach. Aber spicy im Sinne von eine Gewürzexplosion, nicht im Sinne von scharf. Eher weniger cremig, mehr wie ein Gulasch. Man sieht auch wie bei einem so einem richtigen Gulasch, dass sich so das Fett von dem Rest der Flüssigkeit trennt. Also es ist nicht eine Creme. Hat schon Kraft. Also ich habe nicht oft indisches Essen gegessen und mich beeindruckt es gerade. Das Fleisch hat ja auf jeden Fall ein bisschen Widerstand. Das nicht. Das ist voll zart. Ein Curry aus Lammfleisch. Das kann man wirklich sagen, ist ein sehr sehr würziges indisches Gulasch. Geil. Und ich finde auch, dadurch, dass es jetzt Lamm ist, ist es so ein bisschen wilderen Charakter. Und wenn es stecken ist, ist es zwar auch geil, ist es ein bisschen langweilig. Und aus Lamm, das macht es das Ganze so ein bisschen rauer. Und ich geil finde. Ich wusste genau, warum ich das gewählt habe. Sind auch diese Blätter drin. Wie heißen diese Blätter? Lorbeerblätter meinst du? Weiß ich nicht. Aber ich habe keine Lorbeerblätter. Schmeckt aber schon scharf. Ist schon super würzig. Dann könnte ich mir jetzt reinlegen. Könnte ich die ganze Zeit essen. Ganz Tag. Das Brot finde ich geil. Es ist sehr dünn, aber trotzdem präsent. Also Fleisch und Soße verschwinden und du hast immer noch Brot im Mund. Das ist sehr neutral. Weil das schmeckt nicht so salzig. Das schmeckt nicht so nach so einem Teig. Und es schmeckt auch nicht so die Fettigkeit von so einem richtigen, wie heißt du mal das indische Brot? Nahen. Nahen Brot. Schmeckt auch voll nach Roggen. Also es ist nicht nur Weizen. Es schmeckt so ein bisschen sauer. Ich sage ehrlich, das ist geil. So liebe ich indisches Essen. Das ist auch genau mein Ding. Ich liebe Lammfleisch. Und eigentlich schmeckt es ja eigentlich. Es schmeckt schon sehr krass nach Bullasch. Also das Spice nach Bullasch. Also das Lamm liegt auch ein bisschen runter, bin ich ehrlich. Jetzt könnte auch Rindfleisch rein. Du hast am Anfang einen kurzen Lammgeschmack, aber ist jetzt nicht so dauerhaft. Dann kommen die Gewürze her. Stimmt. Jetzt haben wir so eine Kartoffelmasse, die aussieht wie das Innenleben von einer Samosa, die man so kennt von uns aus Deutschland oder Österreich, wenn man sich beim Inder was bestellt. Das ist ein guter Level. Ist geil, aber könnte noch ein bisschen kräftiger sein können. Ist eher eine Beilage, oder? Genau. Boah, die Kartoffel ist relativ neutral, sodass du das theoretisch mit dem Curry kombinieren könntest. Ja, perfekt beschrieben, wie das Innenleben von der Samosa. Okay, die Jungs probieren jetzt unser Erbsencurry, Erbsen und Kartoffeln. Keine Kichererbsen, sondern Erbsen. Ich habe das aber schon mal gegessen. Ich kenne diesen Geschmack. Das ist nicht crazy intense. Also im Vergleich dazu ist es auch eher frisch, eher eine Beilage, oder? Aber es ist trotzdem super lecker. Ich mag das, dass sie aber trotzdem auch so eine kleine Scherfe wieder drin sind. Das ist schon sehr gut trotzdem. Alles, wo kein Fleisch drin ist, ist bei uns eine Beilage. Ja, ich glaube nicht mal, dass es eine Beilage ist. Für Beilage ist es jetzt zu schwer. Für Beilage ist es zu schwer. Der Fleisch ist einfach nicht so midi. Ich finde es schon geil. Das ist trotzdem lecker. Super lecker. Ich denke mir auch so abends, sich so ein paar Sachen holen. Das ist schon sehr cool. Ihr könnt es halten. Es geht voll schnell. Du kommst am Abend nach dem Flughafen, gehst ins Hotel, dann hockst du dich jetzt hierher mit drei, vier Leuten. Ihr bestellt euch alle Soßen, Brot, ein, zwei geile Getränke dazu. Hammer. Weiter geht's, weiter geht's. Tag zwei. Oh, gut. Wie geht's, Bro? Hi, hi, sorry. Ein bisschen kleiner. Was ist ein bisschen kleiner? Ein bisschen krank. Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner? Ja, ja, ja. Oh nein, das ist okay. Vielleicht ja. Meine Damen und Herren, ich muss euch kurz vorstellen. Das ist Andrius. Andrius, right? Ja, ja. Den haben wir gestern kennengelernt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen bei unserem Frühstücksspot, wo wir diesen Toast hatten. Und Andrius wird uns heute mitnehmen, um Chili Crab zu essen. Und Chili Crab ist auch was sehr, sehr wichtiges hier in Singapur. Er sieht absolut wild aus. Ich hab noch nie Chili Crab gegessen. Und Andrius hat auch auf jeden Fall ein gutes Restaurant für uns, wo wir das probieren können. Und das machen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Singapur Tag zwei. Meine Damen und Herren. Andrius hat uns gerade was Wildes erzählt. Schau mal. In Singapur ist Autofahren extrem teuer. Also wirklich extrem, extrem teuer. Aufgrund einer Lizenz, die man sich kaufen muss, um ein Auto zu besitzen. Dieser BMW beispielsweise. Ist das ein Vierer? Vierer BMW. Kostet zusätzlich, um die Lizenz zu besitzen, dieses Auto fahren zu können, 120.000 Singapur Dollar. Was ungefähr 90.000 Euro sind. 90.000 Euro nur, um die Lizenz zu kaufen, dieses Auto besitzen zu dürfen. Und dann kommt noch der Preis vom Auto dazu. So Leute, herzlich willkommen bei Ban Luang Wah Ho Seafood Restaurant. Wow. Garnier. Hi. She's gonna show you Crabs. Oh, 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 oh. Wie schon bereits gesagt, sind wir hier um Chili Crabs zu. Wow. Hey, Lukas, komm mal her. Riech mal. Es ist genau, was wir lieben, dieser Geruch. Es schmeckt heller gut. Koriander als Chili Crabs. Ich nehme auch Teige. Danke, Teige. So, schauen wir mal, wie Chicken Crab zubereitet wird. Chicken Crab, Chili Crab. Also in der Küche geht's auf jeden Fall rund. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Walks. Also diese Bäder von den Chicken Wings sieht aus wie so ein Baustelleneimer, finde ich, gell? Was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, wir werden auch Chicken Wings testen. Das ist auch so ein Ding hier in Singapur und die sehen auch, das sieht geil aus. Ich bin doch da. Die wissen best, dass wir Chicken Wings testen. Und da ist unsere Chili Crabs. Der Kollege nimmt sie, gibt sie in den Walk, gibt ein bisschen Wasser dazu, dreht sich um zum Soßen- und Salzwagen, befüllt seine Walkkelle. Salz, Zucker, drei verschiedene Soßen in die Kelle, in den Walk. Deckel drauf. Und jetzt kocht die Krabbe erstmal drei Minuten. Ich bin nicht immer der größte Crab-Fan gewesen. Du weißt es selber. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber das sieht einfach nur pur lecker aus. Komplett crazy. Drei Minuten später geht der Deckel wieder auf und da brodelt einfach eine orange, eine leuchtende Flüssigkeit. Man sieht die Krabbenteile, die dann in einen Teller kommen. Man kommt in die Flüssigkeit. Danach, ich glaube, das ist Kokosmölch, ein bisschen Ei und noch irgendwas, was ich verpasst habe, was es ist. Mit in die Brühe, kurz noch einmal durchgerührt, maximal für zehn Sekunden. Und die ein bisschen dann dadurch dicker gewordene Flüssigkeit kommt auf die Krabbenteile in den Teller. Und es ist einfach nur köstlich. Es leuchtet einfach. Es strahlt. Glüht. Kurze Frage. Wie kann es sein, dass du kommentierst, wenn er da kocht und ob er auch steht? Wie kann es sein, dass wir das Essen da gerade noch gesehen haben, wo das jetzt schon hier am Tisch steht? Alter Leute, Tisch ist voll. Wir haben rotes Besteck, wir haben rotes Steffeln, wir haben rote Teller. Genauso, okay die Krabbe ist orange, aber die ist einfach so, boah, die leuchtet einfach. Ich habe noch nie gerade so zubereitet gesehen, wie ihr habt gesehen, das ist das Ei in der Soße. Das ist so, das ganze Krabbenfleisch aufgelöst. In dieser Soße, wie man es auch immer nennen mag, zusammen mit Ei, zusammen mit Kokos, Milch und der ganze Tisch steht einfach rund davon aus. Die Muscheln. Einmal Chicken Wings, Fried Chicken Wings. In Singapur haben wir diese schönen Puffy Weizen, Bun, Bällchen, fluffig, schön, rund. Sieht fantastisch aus. Ich beginne mit dem non-spicy-Item. Das ist ein Prawn Paste, Fried Fried Chicken. Also einfach Krabbenpaste zusammen mit dem Mehl. Daraus entsteht die Bäder, in die du die Chicken Wings dippst und dann fritierst. Let's go. Du bist perfekt. Ich will sehen, wie du es essen möchtest, damit ich nicht etwas falsch mache. Das ist das. Nein, nein, nein. Dein Chopstick ist gut, oder? Ja, ja. Und das war Glück. Mit den Chopsticks oder mit den Händen? Mit den Händen. Okay, Glück. Ja. Wie bei einem KFC. Ja, ja. Richtig gut, Alter. Wow. Oh, das ist so gut. Prawn, Umami, die sind so in der große, ist so eine Salzkraft auch drin. Ich glaube, durch die Prawn Paste. Also die Panade, da kitzelt schon so. Da ist schon so ein Umami, so eine Befriedigung. Allein nur in dieser Panade. Und das Fleisch ist super saftig, weiß, sieht clean aus, sieht sauber aus. Extrem lecker. Die schmecken so clean und dirty. Die befriedigen so absolut dein Fast Food Fried Chicken Bedürfnis. Aber schmecken trotzdem so sauber und fein austariert, so wie Vladislav sagen würde. Boah, das ist ganz lecker. Randy muss sofort probieren. Ich sag so, wie es ist, auch das Chicken selber ist ja schon, da tropft es direkt sogar raus. Da läuft das Wasser drin zusammen. Nicht nur in meinem Mund, sondern auch im Chicken Wing, ne? Boah. Und diese Chili Sauce ist so lecker, die ist so sauer scharf. Da ist Knoblauch drin, Chili haben wir gerade erfahren, Salz, Zucker und White Vinegar. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung jetzt aufgeht. Sauerei, aber egal. Ich liebe Chicken Wings. Die Muskeln. Ja, die Muskeln. Die einfach nur in die Wok und feiern. Anstatt feiern? Ja, mit Chili Sauce. Ich muss dir eine Sache sagen. Ich hab bei allem, was ich bis jetzt aufgehoben habe, das Bedürfnis da gehabt, irgendwie mit dieser Chili Crab Sauce zu kombinieren. Weil die mich die ganze Zeit so anleuchtet. Ich würde am liebsten diese Muschel wie eine Oystereimer auffüllen und ausschlürfen mit dieser roten Soße. Und ich schrapp mal diese Muschel an diese... Ja, ne? Was ist das? Wie ihr sehen könnt, diese Muschel ist auf jeden Fall männlich. Okay. Für mich, ich denke, das ist mehr wie ein Klamm als ein Muschel. Das macht Sinn. 100%. Ja, das ist. Dann könnt ihr schauen, wie man es richtig macht. Boom. Ja. Eine Sache, die ich muss fragen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Nicht fragen. Nicht fragen. Nicht fragen. Das ist so. Die Freshness. Freshness ist das richtige Wort. Die sind juicy, die sind leicht. Die sind auch leicht sauer, leicht scharf, leicht fruchtig. Super interessante Art und Weise, Muscheln zu essen. Feuer. Power. Fischer. Ein bisschen Jungs. Ich werde Dschungelmuscheln. Also. Die gute Sache ist, weil sie ihre Klamm in daily. Und es ist leicht. So, das ist so, dass wir die Sweetness, die Freshness bekommen. Das ist jetzt Wiener Sherry Tomate. Woher ist diese Ausbildung? Du solltest eine Side-Hustle machen, wo du in Singapur machen musst. Das ist so eine Arbeit. Du fühlst dich so lost am Tisch, wenn du das in Singapur machst. Du kannst nur ein Stück und gehen. Ja. Take a piece and go ahead. Come over. Nein, nein, nein. Go ahead. Das ist für dich. Ich mach die Technik. Das ist für dich. Ja. Das ist für dich. Das ist für dich. Das ist für dich. Das Ziel ist, das ganze Menü zu haben. Das ist für dich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 3, 2, 1, und rein. Das Fleisch ist so süß. Es ist fast voll. Ja. Und da drin ist es so knacktes Fleisch. Diese einzelnen Stränge. Du merkst dir richtig, wie fest sie sind. Wie wenn jemand einfach seinen Bizeps anspannen würde. So schmeckt das dann. Das ist nicht so, wie er sagen würde, mushy. Es ist einfach nur ein Porridge da drin. Sondern es sind so richtig knackige Muskelstränge, die du spürst und die du beißt. Und das Fleisch ist fruchtig, es schmeckt leicht süß. Es ist gar ein geiler Biss und was, was ich noch nie hatte vorher. Und mit Sicherheit kann ich jetzt schon mal sagen, dass es das coolste Krabben und leckerste Krabbenerlebnis ist, das ich jemals hatte in meinem Leben. Und diese Schere ist auch einfach groß, wollen wir mal kurz sagen. Die können wir ja mal im Kopf abscheren. Es ist ein salziger Papaganschnaubel. Wir benutzen das, um diese Krabben zu brechen. Okay. Als er das macht, werden wir alle weg. Okay. Also meine Damen und Herren, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Die machen jetzt dann gleich Pause. Wir waren hier nicht zum Mittagessen. Aber die lassen uns trotzdem noch kurz hier sitzen und fertig filmen. Was sehr korrekt ist von denen. Schau an den Cover, Leute. Und dann schaust mir Steck hier. Nehmt es einfach mal an. Kein Mensch würde es so machen hier, aber ich mache das so. Es ist going to be crunchy, I know. Wow, wow, wow. Wir haben den natürlichen Scoop. So lecker. So asiatisches Menemen mit Ei. Und es ist auch überhaupt nicht scharf. Es ist pikant. Also jeder denkt, jetzt denkt Chili Crab, esst sie nicht. Vergesst es. Ihr müsst hierher kommen. Es ist nicht scharf. Ich gebe jetzt den Druck, machen sie trotzdem. Wir sollen uns kurz raussetzen. Aber trotzdem korrekt, oder? Ich freue mich. Ey, die machen keinen Druck. Sie bleibt. Die ganze Stuff geht. Sie bleibt nur länger, weil wir jetzt bleiben. Sie würde sonst auch in die Pause gehen. Aber egal. Dafür haben wir ein schönes Video. Viele Leute von deinen Zuschauern werden kommen. Und sich in eine Crab reincrabben. Grab a grab. Grab a Crab. Grab a Crab. Das ist, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Seit wir an diesem Tisch beziehungsweise an diesem Tisch sitzen. Das ist eine von diesen flauschigen Kissen zu nehmen. Die sind deep fried. Die sind einfach... Ja. Und ich put das all over the bun. Nicht so geil. Und das ist auch das Leckerste, was ich heute hatte. Diese Kombination ist selbst für mich extrem comfort food. Und extrem lecker, weil dieser schön geil frittierte, salzig-süße, flauschige Bun in diesem scharfen, kanten Koriander und allem drum. Und das ist einfach so nice. Das ist richtig einfach... Boom. Von denen hätte ich jetzt gern 40. Ganz allein. Jetzt habe ich alles am Tisch erreicht. Ich wollte nur die Chicken Wings und das Brot mit dieser Soße erst mehr. Dieses Ding mit Nutella. Genius. Das ist so lecker. Ich liebe die Süße. Die Süße von dem Bun zusammen mit der Soße ist... Das ist genau der Punkt nämlich. Jetzt, Nico, zeig dir mal, wie man Krabbe isst. Ah, okay. Wie das? Wie das? Nein, Bro. Legs jetzt hin. Schere, Schere. Die West. Das meinst du nicht ernst? Nicht, ja. Wie? Wie lässt du... Open up, open up, open up. Du fühlst dich so lost am Tisch, wenn du das nicht kannst. Ah, Schere. Schere, Bruder. Also wenn ich mal auf einer einsamen Insel bin, nehme ich so ein... Ich bin vorhin so ein Ding mit. Ich hab sie dann nicht so gut. Sehr lecker. Ich schmecke jetzt nicht super intensiv, aber es ist sehr gut. Ready? Boah, das ist ja böse Fest. This is how it's supposed to be. You can even bite it almost. It's very hard. Okay, nice. Wow. This is the first time I taste Crab like in that way. It's totally different. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Stil ist da. Äh, ist... Ey, Monk. Ich komme sofort raus. Ich komme zurück. So, lieber Affe. Jetzt komm ich. Jetzt hast du ihn. Du musst keine Angst stehen. Alter, einfach Affen in Singapur. Jetzt hab ich ganz vergessen, dass es hier Affen gibt. Beziehungsweise ich hab's nie gewusst. How are you? Alter, die sind ja super entspannt. Die sind ja richtig schüchtern. In Bali, bro. Die nehmen dir alles weg, was du hast. Wow. Die sind so süß. Jetzt hast du Hefe. Boah, Alter, wie die klettern können. Junge, Junge. Crazy. Affen sind schon crazy, wenn man die mal so lang anschaut. Einfach. Das ist einfach wild. Wir haben die einfach so menschliches Gesicht. Boah, das ist wild einfach. These are Babys. Ja. Boah. Wie süß. Der hängt einfach da unten dran. Schau mal wie der steht. Boah. You look good, man. I love your mustache. Bye bye. I will be like Hulk Hogan. He is the Hulk Hogan of Singapore. It's so nice, man. Thank you. Have a nice day. You too, bro. Bye bye. Bye bye. Was für ein schönes Auto, ja. Wow. Irgendjemand muss sich mal putzen, ja. Das kann ja jetzt sein. Weiter geht's, weiter geht's, liebe Leute. In Singapur hört's nicht auf. Ein Restaurant mit dem Namen Bako Tee. Ist der bekannt oder? Der Besitzer. Habt ihr nicht darüber gesprochen? Er meinte das hier einfach, das ist ein Celebrity Place. Das ist voll für Asian Celebrities hier. Ja. Ich find, auch der Owner sieht krass aus mit Schauspielern, oder? Ja, das stimmt. Er hat schon so. Ja, ja, ja. Er hat diesen Blick. Aber vielleicht, wenn du das hundertste Fotos mit Schauspielern machst, dann siehst du auch aus den Schauspielern. Hi guys. Das ist Jack Chansan. Und hier werden wir jetzt essen. Pork Rib Soup. Genau die. Ich hab irgendwie das Gefühl, das ist das erste Restaurant, das wir gehen, das so ein richtiges Restaurant ist, oder? Das nicht wie so eine Lagerhalle ist. Weißt du, was ich meine, dass wir wirklich so mit Türen verschlossen, oder? War mit irgendeinem Restaurant? Restaurant? Ich weiß gerade nicht, wir haben auch wirklich schon wieder sehr, also ganz kurz, bei wievielter Minute sind wir? Vielleicht 22 gerade. Ey! Wir haben schon sieben Sachen gegessen. Es ist viel passiert in den letzten 30 Stunden. Ja, Mann. Also Singapur, ich will nicht sagen, ich hab's unterschätzt, aber es ist trotzdem jetzt geiler, als ich mir irgendwie noch vorgestellt hab. Bam, 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 Action, da Leute, nett, das ist schon crazy nice. Nee, ich hab dich vorher gesehen. Ja, ich hab mich vorher gesehen. Ja, ich hab mich vorher gesehen, woher? Oh nein, in der Musik. Du kennst mich, oder was? Nein, ich hab mich. For real? Ja, ich hab mich. Ah, keine Ahnung. Gut. Danke, Mann. Oh, du bist aus Deutschland? Ja, aus Deutschland. Nice to meet you guys. You're the owner, right? Schauen wir mal, wie unsere Suppen zubereitet werden. Aha. Wow. Boah, ich mag die Küche. Es sind so viele Töpfe. Überall eine andere Flüssigkeit drin. Überall Brotels. Und von einem diesen Töpfen nimmt der Kollege auf jeden Fall den Deck hoch. Man sieht schon so fette Knoblauchzehen in der Brühe schwimmen. Und dann kommt ein Korb, ein gelber Korb voll mit den Schweinerippchen und Schweinefleischteilen. Diese kommen dann, wie ihr euch denken könnt, in die Suppe. Und dann so mit dem Gefühl, mit dem Löffel. Und zwar nicht einfach nur so rein, sondern wirklich bedacht, abgewogen, abgemessen. Ein Schäufelchen Salz in die Brühe. Und dann haben wir Golden Label Soy Sauce. Kommt auch in die Brühe. Und ich lieb, wie diese Gasfarme an der Seite vom Topf hochsteigt und den so in diesen metallenen Topf umschließt. Junge, Junge, diese Formulierungen. Und auch, wie du gefeiert hast und alles. Es fühlte quasi nicht wie McDonalds. Sehr gut. McDonalds ist einfach auf dem anderen. Das ist einfach unfair. Dass ein Land so einen brutalen McDonalds haben kann, das ist einfach nicht normal. Aber das Video wird noch kommen. Es lohnt sich an der Share auf jeden Fall zu abonnieren. Weil diesen McDonalds Flash wollt ihr nicht verpassen. Cheers. Lemon Juice. Es ist künstlicher, aber trotzdem sau lecker. An der Stelle wäre unser Tisch auf jeden Fall vollständig. Pork bone broth. Mit pork bones noch zusätzlich drin. Ich finde es sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Wie diese Rib da drin liegt. Einfach nur Suppe und Fleisch. Das ist kein Frühlingszwiebeln. Nichts in der Brühe außer dieser Rippe. Es gibt noch die Nudeln. Es gibt den Reis. Es gibt eine riesige Karte, bei der ihr voll viele Sachen bestellen könnt noch dazu. Was mich interessieren würde. The chili supposed to. Should take them and put them inside of the broth or? No, it's more like a dipping for your meat. Then you can use it. You can have it with the black sauce. Just drizzle and then that's it. And you can dip it with it. And that's dark soy sauce. Compared to that one, lighter. Some people have it darker. But most people, or I myself, prefer the darker one. Enten Sojasauce. Vergessen. Hab ich nie gesagt. Let's dig in. Schmeckt sehr pfeffrig. Schmeckt sehr clean. Sehr klar. Ich muss nochmal. Schmeckt auf jeden Fall Porky. Eine schön klare, sanfte, trotzdem kräftig und würzige Schweinebrühe. Und man merkt einfach sofort diesen Pfeffer. Und was ich extrem geil finde. Richtig gut. Was ich auch auf jeden Fall interessant finde, ist, ich meine in Deutschland, man kocht schon viel mit Schwein. Aber kennen wir Schweinebrühe? Das wird es so als Suppe und so eigentlich nicht, oder? Ja. Deswegen finde ich das so interessant, mal so eine richtige Schweinebrühe. So eine klare, so eine klare Schweinebrühe, die dich auch ein bisschen so an einen Schweinegeschmack aus Deutschland erinnert. Probier mal. Mh. Boah. Das ist mega gut. Aber es ist nicht unangenehm schweinisch. Nein. Absolut nicht. Der weiße Pfeffer macht es perfekt. Auch nicht zu viel Knoblauch. Boah. Richtig voller Geschmack. Richtig gut. Das ist großartig. Das ist sehr gut. Sehr gut. Wow. Ich liebe es. Ja. Das ist schön. Und da rein. Einfach auch ein bisschen dickflüssigere Sojasauce, die so schön an diesem Fleisch kleben bleibt. With infused chilis. Mh. Es sieht so simpel aus, so basic und fast schon langweilig. Aber das. Wow. Und jetzt kann ich auch direkt anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe. Ich kenne keine Schweinebrühensuppe so aus Deutschland. Und oft ist dann auch das Suppenfleisch, diese Cuts, die wir verwenden vom Rind in unserer deutschen Nudelsuppe am Ende des Tages, sind dann oft trocken und haben nicht mehr viel Geschmack. Aber es macht so viel Sinn, so eine Schweinegripbrühe zu machen, weil du denkst, du erwartest nicht so ein bisschen trockenen Schweinefleischgeschmack. Es ist einfach so Fleisch, wo du einfach nur noch die Fasern merkst, aber nicht mehr viel Flavor, aber das ist extrem lecker. Wow. Für Suppenfleisch. Aber es ist nicht unangenehm schweinisch. Es schmeckt einfach nur verdammt gut, verdammt lecker. Es ist crazy delicious. Es schmeckt auch ganz anders als ich dachte. Ja, voll. Also ihr seht, solange ihr hier sitzt und euer Fleisch und Speisen genießt, immer Brühe nachgeleert. Das heißt, wenn ihr mal richtig Hunger habt, kommt ihr her. Ich kann mir schon vorstellen, dass es extrem lecker ist, weil wenn es die gleiche Brühe ist. Wir haben, glaube ich, ein bisschen zu lange gewartet. Die sind schon sehr soggy. Ich denke, das ist verdammt lecker. Diese Pfefferbrühe mit Nudeln. Perfekte Beilage. Bye guys. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. So, was machen wir? Wo gehen wir hin? Oh, Singapur. Schön. Wait a minute. Do you have to park backwards? No, do we have to, but we prefer. Alright, because everybody is parking backwards. Alright, another Hawker Center. Und wir sind im Hongling Food Center. Um bei A-Hang Curry Chicken B-Boon-Me zu essen. Und da soll es auf jeden Fall extrem leckere Curry Chicken Noodles geben. Boah. Und ich sehe da auf jeden Fall schon wieder ein The Missioner Guide Schild. Hier haben wir wieder eine sehr interessante Geschichte, ähnlich wie im Libanon. Weil dort hinten gibt es die originalen Curry Chicken Noodles. Und ich glaube die beiden waren Geschwister, Brüder. Haben sich gestritten. Und direkt nebenan hat der Bruder dann sein eigenes Restaurant mit seinen eigenen Curry Chicken Nudels aufgemacht. Und wir essen heute auf jeden Fall bei dem Bruder. Okay. Willst du einen anderen? Okay. Hier haben wir einen. Boah, das sieht so lecker aus einfach. Diese riesige Top-braunen Curry, den Fleischstückchen, die Kartoffelstückchen, die drinnen schwimmen. Und dann kann man wählen zwischen drei verschiedenen Nudeln. Schaut mal. Thick B-Huhn, Yellow Mee, die sind Medai, die werde ich nehmen. Und Thin B-Noodles. Und dann kocht der Kollege auf jeden Fall in so einer Ramen-Nudel-Kelle, wie wir es kennen zumindest. Die Nudeln. Gibt sie in eine Schüssel. Und dann kommt erstmal ein Schluck von dem Curry in die Ball, gefolgt von dem Chicken. Das der Kollege auf jeden Fall zuschneidet, beziehungsweise zu hackt. In die Ball gibt. Gefolgt von stetig immer mehr Curry. Und dann ist die Schüssel fertig. Wird durch ein Fenster gereicht und von mir abgeholt. Curry Chicken Nudeln. Rutscht der Nico. Rutscht der Toilette. Dem geht es nicht gut, glaube ich. Gehen wir rein. Die sehen auf jeden Fall kräftig aus. Die sehen extrem kräftig aus. Dieses Curry, diese Brühe, diese... Is there some sort of peanut or any sort of nuts inside? No nuts? Für mich riecht es nussig auf jeden Fall. Und nicht nur noch Kokosmilch und wie gesagt super kräftig leuchtende Farben, wie die Chili Crab auf jeden Fall heute Morgen. Ich bin gespannt. Wir proben jetzt erstmal einfach nur das Curry für sich. Chinesisches Curry. Schmeckt genau wie es riecht. Ihr könnt es nicht riechen, aber... Es schmeckt wirklich... Schmeckt nach Kokos. Es schmeckt nach Kartoffeln. Und auch einfach so eine Gewürzvielfalt und Gewürzpower, die ich schwer zuhaften kann. Vielleicht auch ein bisschen Frumien. Aber ja, auf jeden Fall extrem kräftig, extrem geil. Und das Curry hat auch so eine cremige Faschung, wie Tonkozu, warm, farbige Farbe. Und dann diese orangene Fettaugen, die draufschwimmen, die einfach nur nach Kraft aussehen. Wow, das ist scharfe Soße. Ja, wenn du extra Speise willst, kannst du es in. Speise, Speise, Speise oder Speise? Speise, okay. Manageable Speise. Für mich. All right, all right, let's go. Es hat schon ein bisschen Ramen-Effekt. Es hat schon ein bisschen Ramen-Effekt. Yes. Oh ja. Still clean, right? Still good. Chicken. Es fühlt sich einfach an, wie ein bisschen wilderes, rustikaleres Ramen. Die Nudeln sind nicht so perfekt. Alles ist so ein Berg, aber es hat trotzdem die Kräftigkeit und gibt dir diese gleiche Power. Und natürlich schmeckt es da ein bisschen anders, aber es hat einen ähnlichen Effekt. Lies von dem Ausgeben, herzlich willkommen in der Show, Nico. Ich verstehe, dass du dachtest, dass das lustige Stand ist, weil die schmeckt auch die ganze Zeit lustig. Oder was denn? Was muss ich jetzt? Ne? Ja. Ruckelsoße, wenn ich halt, oder? Ist ja ein bisschen lustig. Du, das? Ja, oder? Vielleicht das. Ist der maybe Sesame inside? Ja. Finde ich richtig gut. Richtig lecker. Ist das Bread on top? Ah, ist Tofu. Hier, also auf jeden Fall noch getroppten Tofu. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Ich fände alles rein, was da rauskommt, weil alles dieses Curry aufgesaugt hat. Ich habe es in die Augen. Ich nehme mal Eis. Es ist geil. Es schmeckt einfach, wie du es gesagt hast, wie ein wilder Rahmen. Aber extrem befehligender Rahmen. Geil. Sehr, sehr lecker. Der Fokus ist auch sehr geil. Schmeckt böse nach Cashews, ja. Es ist wunderbar, du. Es schmeckt sehr nach Cashews. Schon da sind Nüsse drin. Da sind wir uns einig. Irgendwas. Ich glaube, ich muss es schaffen. Es ist scharf. Schau, Nico. Es ist dem Geruch gefolgt. Wir sind in der Bäckerei gelandet. Die Bäckerei heißt auf jeden Fall May Key Bakery. May Key Bakery. So, jetzt weiß ich Spezialisten. Die ist aber crunchy. Jetzt zeig mal, was ich da habe. Wenn du da jetzt reinbeißt direkt, ohne zu zögern, bist du komplett verrückt. Weiß Reis. Great Waffle. Aber das ist eine geile Waffle. Richtig knusprig. Ja, knusprig. Gut. Kennst du? Der testet die Pizza und der weiß rein. Ja, knusprig. Nach einer Sekunde. Der muss eingeblendet werden. Knusprig. Sehr gut. Der ist überläuft. Alles schön. Das schmeckt geil, probier mal. Was hast du für den Flamen? Peanut. Stasi? Peanut. Ist okay, ja. Ich bin der Waffle, ist ziemlich geil. Ich glaube, eine vollkommenere Foodtour hätten wir einfach nicht bekommen können hier. So die Vielfalt und die Qualität der verschiedenen Speisen, was wir alles gegessen haben. Von Essen aus Malaysia, Indisch, Chinesisch. Einfach so viel Gutes und so viel Verschiedenes hatte ich lange nicht mehr. Crazy. Das war richtig, richtig toll. Danke für die Tour. Es war wirklich, wirklich gut. Es hat unsere Video aufgelöst. Es war toll. Es war besonders die Chili-Krab. Okay. Schön, dich zu treffen, Bro. Kein Problem. Ich freue mich wirklich. Es war sehr schön, dich zu treffen. Lass mich wissen, ob du irgendwo eine Hilfe brauchst. Okay, okay, okay. Kein Problem. Take care, take care. Danke, bye bye. Bye bye. Wie geil ist der Typ, bitte? Ist so, oder? Ey. Gestern beim Frühstück kennengelernt und heute beim Binder wieder verabschiedet. Der Typ ist netter als Nico. Ja, Mann. Nettter als Nico? Oder du hast niemals irgendwo hinfahren. Jetzt sind wir mal ehrlich. Weiß nicht mehr. Warum sollte ich? Das ist eigentlich auch wieder so ein gutes Zeichen. Es gibt gute Menschen da draußen. Und jetzt zahlt er eine Rechnung. Wir sind hier auf jeden Fall Singapur-Rennstrecke. Super. Die Leute spazieren da auf der Strecke. Echt jetzt? Ja. Formel 1 in Singapur. Boah. Alter, ich will mich schon da drauf stellen. Wir schauen einmal da hoch. Ey, du. Kann ich da noch rein? Boah, wie geil wäre das, wenn wir uns jetzt ein Auto leihen und da einfach so blablabla. Da wird kein Blitzer sein. Boah. Guck mal die Komisse. Da sind wir, Leute. Wow, wow, wow. Formel 1 Week in Singapur. Halligalli. Junge, 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 Junge. They're racing. Bruder, der ist richtig drin gerade. Lebt der Hut irgendwie an seinem Kopf? 41. Wer hier verliert, macht keinen Spaß, Jungs. Ich sag's so, wie's ist. Bruder, Gott, du sagst dich besser aus. Ich weiß nicht. Komm, 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 komm. Ganz cool. 34. Du kommst nicht drum rum, Bro. Schaut mir ganz Singapur zu gerade. Egal. 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 Um sich gleich Soft-Eis zu machen. Falls ihr in Singapur seid, könnt ihr gerne bei meinem Stand vorbeischauen. Ich würde mich freuen über neue Gäste und Kundschaft. Das ist Steigstand, oder was? Ja. Seit wann stehst du da? Das kann man auch manchmal überspringen. Den Part hier einfach. Du willst den Leuten sagen, die zu deinem Stand kommen und deinen Soft-Eis-Eis kannst den Geldpart überspringen sollen. Man soll's genießen. Ich glaub, dann hier einfach mal drücken. Das ist auch ein bisschen auf Sparflamme. Ich hab den Automat anders eingestellt. Da muss ich noch mal mit 7-Eleven reden. Lukas, du hast den ersten Löffel. Das sieht ja so braun aus, oder? Wärst du sauer, wenn ich's so machen würde? Nee, ist laktosefrei auch. Das kommt vielleicht nicht ins Video. Meines ist lecker, aber das ist mit Hafermilch, Bruder. Das ist kein richtiges Soft-Eis. Was ist die Tradition? Kann mir das jemand erklären? Das sind irgendwie Währungen, meinte der. Oder so Fake-Geldscheine und Dokumente und so, um irgendwie Platz für was Neues zu machen. Weil's der letzte Tag von irgendwas in diesem Luna-Kalender ist. Der Geist ist frei jetzt. Diesen Monat gewesen, glaub ich, irgendwie. So, meine Damen und Herren. Es ist dunkel geworden. Schaut mal das. Boah. Ach, das funktioniert nicht. Wir stehen vor einer Bar mit dem Namen Live Twice. Eine japanische Bar. Guck mal, da geht's rein. Cocktailbar. Die mir empfohlen wurde. Man kommt hier durch diesen Gang durch. Da hört man auf jeden Fall schon, wie Cocktails geschickt werden. Dann kommt man hier rein. Starbiz. Da sitzen schon die Kollegen. Also, es gibt ein Tamagokatsu-Sando. Das ist ein Deep-Fried Omelette. Hab ich noch nie gehört. Oh, ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein wilder Laden. Mein Gesicht hat dieselbe Farbe wie das Holz. Nicole hat gerade schon gesagt, man bekommt auf jeden Fall mies Bock auf Japan, wenn man hier ist. Jetzt muss nur noch eine Sache überzeugen, das ist das Essen. Ich fühle mich wie in einer Walnuss, irgendwie. Als wäre ich in einer Walnuss. Okay. Und natürlich haben wir klare, selbstgeschnitzte Eiswürfel. Was sonst? Mini Wassermelone in Randy's Drink. Cheers. Cheers. Meiner schmeckt einfach extrem nach Alkohol. Ich schmeckt schon sehr stark. Er ist einfach nur Alkohol. Er schmeckt trotzdem irgendwie gut. Er ist trotzdem irgendwie geil. Er ist halt sehr männlich. Ich habe ihn richtig gut. Feierabendrink nach einem harten Tag. Let's get hammered. Auf jeden Fall ist hier was an den Tisch gekommen, was sehr, sehr wild aussieht. Wir haben ein Tamago Sandu. Aber es hat nicht diese Dremigkeit und Egg-Tata, so wie man das gewohnt ist aus 7-Eleven. Sondern es ist dieses japanische Omelette, das man aus diesen färgigen Kästen kennt aus Japan. Einmal genommen in die Fritteuse. Beziehungsweise einmal in die Bäder gegangen in die Fritteuse. Wieder raus auf dieses Sandwich mit höchster Symmetrie zugeschnitten, auf einem Teller serviert. Sieht sehr, sehr wild aus. Habe ich noch nie so gesehen. Aber ich will es spannend machen. Wir probieren erstmal die Zempura. Auch Fried Peppers. Mit einer, ich glaube Thunfisch-Fadima-Aioli. Bonito Aioli. Die sind richtig geil. Die sind sogar noch geiler. Wollte ich auch kurz sagen. Ich weiß nicht wo der herkommt, ob der aus der Panade kommt oder aus der Aioli. Aber dieser Dashi Geschmack war so einen leichten Fischgeschmack. Leichte Schärfe. Aber so eine richtig geile Schärfe. Die ist leicht, aber die Spots sind da. Die sind sehrら麽art una! Na und wenn ich rausgeennen? Das ist cray oder? Das ist so gut. Die ist so gut. Richtig? Das war cool für den P misQuestien. Jetzt brabe ich in der Vorbereitung. Dann habe ich sagte ne wearing und nicht. ACCiving jogger läuft, ihr müsst ihr machen in der Mitte. Ich habe das gedacht. Danke, Bro. Was trinkt der? Ist eine gute Milch oder? Danke. Schaut euch dieses schöne Stück an. Einfach ein neues Katsu Sando. Das stimmt wirklich. Ich habe es noch nie gesehen, weder auf Instagram, TikTok, in Japan selber. Erst war ich so mh, so mittel, aber dann kam von irgendwo so eine Soße, die sie so mies abgerundet hat, dass ich mir dachte, Alter, das löste auch wieder einen überkrassen Wow-Effekt aus. Die Panade ist knusprig, das Brot ist weich, schön angetoastet, sanft angetoastet, dass du Teigigkeit hast, aber trotzdem auch Toast-Aromen. Und diese Panko Flakes, knusprige, stachlige, crispy Chicken Panade, die feiere ich auch extrem. Also das Sandwich ist... Ich glaube auch, irgendwie würde es mehr Sinn machen, so reinzubeißen. Ja, absolut. Wow, 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 das ist das Dacia Ioni. Hm, was denkst du? 1-10. 8.5, ich glaube. Ich gebe 9.5, wenn ich eigentlich brauche. Das ist schon sehr perfekt. Ich muss raus, gute Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht. Das kann jetzt aber jetzt sein. Das ist der Brunnen einfach aus. Es ist einfach aus. Es fließt kein Wasser. Ich wollte ihn euch zeigen. Ich blende mal hier eine Instagram-Story ein, wie es aussieht, wenn da Wasser fließt. Also das ist auf jeden Fall der beeindrucks- der beeindrucksfreist, alles klar. Es fühlt sich wirklich an wie in so einem überdimensionalen Jurassic Park, Aquarium, Terrarium, Zoo-Erlebnis. Aber so... Peace von den Masken herzubekommen bei Texas Chicken. Kannst du echt auf Lukas auflesen, oder? Bevor es noch singen, eher honkig. Hast du eine Receipt? Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Wie die Rolling Stones roll. Für YouTube. Ja, ja. Say hi to Germany. Hallo. Was ist dein Name? Sri, ich bin Lukas. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Nikos, am Geld, wie verpasst du das? Wenn du unbedingt Chicken Wings warst, warst du. Ey, die haben einfach Texas Chicken hier. Kack ab. Das heißt Texas Chicken, aber sie ist der Stern und alles. Hätte ich mir gut reingestellt jetzt. Ach, habt ihr geholt? Ja, jede andere Wings. Ach geil, ihr habt geholt. Ja. Was? Ich dachte, du machst Spaß. Boom. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war so klar, oder? Was? Sagen wir nichts. Ich kann, also... Warum bist du ein Kollege? Was soll das? Ich wollte nur mal kurz sagen, Bruder. Respekt, Mann.